Hey Leute, Toilette Tutor will immer jetzt mal Sachen, die falsch gemacht werden. Ich dachte heute wegen Wolle und Baumwolle. Also quasi das ist Baumwolle und das, also ein Pulli von mir. Das ist die Wolle. Also quasi Baumwolle, die kommt also von der Pflanze und Wolle kommt ja vom Tier. Also das ist der Unterschied. Und dann will ich sagen, das war's. Und dann sind wir zum nächsten Mal. Toilette Tutor.